Ich denke, es war ein schweres Spiel. Wir haben angefangen mit schlechtem Spiel und wir kommen vielleicht zu früh in der Spiel. Wir haben nicht so schlecht gespielt, aber wir müssen auf diese Art von Spiel zu verbessern. Und jetzt müssen wir auf die nächste Spiel schauen, um zu fokussieren. Ich denke, es war ein neues Spiel auf 3-0. Ich denke, es war nicht gut in der Bestreide, in den ersten 10 Minuten. Aber in diesem Moment, es war ein weiteres Spiel. Und in einem bestimmten Moment, zwei oder drei Momenten in der zweiten Hälfte, es war ein 3-0. Und es war nicht ein Bestreide auf 3-0, der Stand. Ja, wir sind calm, wir versuchen, zu bleiben professionell. Wir arbeiten hart diese Woche und ich denke, das Team trainiert gut. Wir trainieren hart und alle haben eine gute Mentalität. Ja, das Spiel ist nicht schlecht, weil wir nicht schlecht spielen. Wir spielen gut in der Bestreide, Utrecht sowieso. Also, das war ein bisschen ein Problem. Ich habe mich gefühlt, dass ich dann sehr glücklich war, nach der Bestreide. Aber ja, ein oder zwei Tage später. Die Spieler vielleicht denken, ich verhäte, dass ich der Bestreide glücklich bin. Und ich spiele viel weiter als der Stand. Und ja, das letzte Bestreide war ein bisschen der Scherf. Aber ja, als ich zwei Mal in der ersten Hälfte mache, das war ein bisschen sehr, ich denke auf die Situation. Und ich weiß, dass das nicht genug ist. Ich spiele weiter, aber ich muss scherf sein. Ich denke, Vitesse ist ein starker Gegner. Aber wir gehen da, um unser Spiel 100 Prozent zu spielen. Und wir werden fokussiert. Und wir werden versuchen, in den ersten Tag mit einem Punkt zu kommen. Ich habe nicht viel nodig, um eine Chance zu creieren und eine Chance zu machen. Und wir gehen da, um die drei Punkte zu nehmen. In der Fußball wollen wir immer gewinnen. Aber wir müssen erst mal zurückkommen, in der gute Weise zu spielen. Und wir spielen gut, starten gut das Spiel. Und wir werden fokussiert seit dem ersten bis zum Ende des Spiels. Ich versuche, dass wir durchgehen, auf die Weise zu spielen. Aber die concentrativität bleibt in 90 Minuten. Und in einem Moment kann ich die Wettbewerb nicht verlieren. Vielen Dank. Succes. Danke. Danke.